Freitagnacht in Graz, Spring 7. Wir befinden uns in der Postgarage im Foyer, da wo man zu die Toiletten kommt, da wo die laiwende Bank ist und alle aufgefädelt da sitzen. Wir sind jetzt hierher gekommen, weil man im Domernberg einfach nicht reinkommt. Das ist unglaublich. Aber du weißt doch, was dich da erwartet, oder? Ja, hier? Keine Ahnung. Du hast Patrick Pulsinger verpasst, weißt du, der hat ein wahnsinns Live-Hack-Team-Player gedacht. Echt? Ich glaube, der hat das aufgelegt. Nein, der hat live gespielt. Echt? Ja, spitzenmäßig. Ganz toll. Na gut, mein lieber Freund, ich wünsche dir noch viel Spaß. Verdammt. Ein Freund, ein Helfer. Und wie gefällt es dir? Ja, super. Aber ich überlege, ob ich jetzt ins Domernberg gehe. Das ist eine gute, gute Wahl, Domernberg. Ganz, ganz tolle, nur Detroit-Techno. Detroit, hey! Das ist, was ich studiert habe. Ja, das ist, was ich studiert habe. Gott!